Vier Wochen nach der Schockdiagnose Elefantenherpes hat das Jungtier Mintan aus dem Zoo Osnabrück die lebensgefährliche Krankheit überstanden. Eine kleine medizinische Sensation. Warum erfährst du in unserem Schwerpunkt? Was sonst noch wichtig ist? In Deutschland gilt aktuell die Gasalarmstufe, weil Russland die Gaslieferungen verringert hat. Der Präsident der Osnabrücker Handwerkskammer und Chef eines Sanitärheizung-Elektrobetriebs, Rainer Mühle, sagt, die meisten Kunden wollen jetzt einfach nur weg vom Gas. In unserem großen Interview auf noz.de erklärt der Experte, welche Alternativen es zur Gasversorgung gibt, welche Hürden damit verbunden sind und welche Kosten auf Interessenten zukommen. Eigentlich sollten die Krippenbeiträge für die unter Dreijährigen in Osnabrück ab 1. August erneut steigen. Stattdessen kündigen Grüne und SPD nun an, dass Krippe, Kindertagespflege und Hort für Familien schon bald beitragsfrei sein werden. Konkret sollen ab dem 1. August 2024 die Beiträge wegfallen, vorausgesetzt, die Stadtverwaltung schaffe es in dieser Zeit, die dafür nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Davon würden knapp 3000 Kinder unter drei Jahren profitieren und knapp 1500 Hortkinder. Rund 6 Millionen Euro würde dies die Stadt jährlich kosten, rechnet SPD-Ratsherr Frank Henning vor. Eltern müssen sich allerdings auf einen Anstieg der Verpflegungspauschale von 50 auf 60 Euro einstellen. Der Grund sind die gestiegenen Lebensmittel und Energiepreise. Zum Schwerpunkt Sein vietnamesischer Name bedeutet Glück und damit scheint Min Thanh auch hinreichend gesegnet. Am Mittwoch gab der Zoo Osnabrück nämlich offiziell Entwarnung. Das Elefantenjungtier sei nach seiner potenziell lebensgefährlichen Infektion mit einem Herpesvirus endgültig über dem Berg. Die Viruslast im Blut des fast fünfjährigen Dickhäuters liege wieder unter dem Grenzwert. Am Schölerberg spricht man gar von einer kleinen Sensation in der Elefantenwelt. Denn die meisten jungen Dickhäuter, bei denen Herpes ausbricht, sterben daran. Mintans Genesung sei laut Sotiarzt Thomas Scheibe deshalb ein Grund zum Feiern und das Ergebnis einer intensiven Betreuung rund um die Uhr, beginnend am 30. Mai. Eine Einblutung an der Zunge hatte die Tierpfleger misstrauisch gemacht, daraufhin schickten die Tierärzte eine Blutprobe an den Zorotterdam zur genaueren Untersuchung. Das Ergebnis sei für alle ein Schock gewesen. Man habe sofort mit einer medizinischen Behandlung begonnen. Mintan erhielt zum Beispiel Blutplasma von genesenen Elefanten mit passenden Antikörpern, außerdem antivirale Medikamente sowie jede Menge Flüssigkeit, damit er nicht austrocknet. Eine anstrengende Prozedur für alle Beteiligten. Denn sowohl für die Transfusionen als auch für die Flüssigkeitszufuhr musste der Jungbulle betäubt werden. Wir waren Tag und Nacht bei ihm und haben ihn etwa alle vier bis sechs Stunden behandelt, berichtet der Zootierarzt. Der zoologische Leiter Andreas Wulftange betonte, dass Mintan als erster Dickhäuter, der am Schölerberg geboren wurde, dem Zoo ganz besonders am Herzen liege. Der kleine Elefant bleibe daher vorerst auch weiterhin unter tierärztlicher Kontrolle. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 16.30 Uhr. Die nächste Folge hörst du am Donnerstagabend.